Herzlich willkommen bei Arminia Bielefeld, Jonas Kersken. Jonas, du hast letztes Jahr mit Arminias Trainerlegende Ernst Middorp in Meppen zusammengearbeitet. War es ernst? Ja, ich war leider schon in Schulterreha, als er gekommen ist, aber es wurde auf jeden Fall ernst. Du so als Torwart, Übersteiger oder Zidane-Rolle? Boah, wahrscheinlich eher Zidane-Rolle. Du bist Halbengländer, gibt es dann Fischenchips oder doch die gute alte Manta-Platte? Ja, dann wahrscheinlich Fischenchips. Du bist Torhüter, wir haben es eben schon angesprochen, wer ist dein großes Vorbild zwischen den Pfosten? Ich bin groß geworden, als Neuer gerade in den Startlöchern stand, deswegen ganz klar Manuel Neuer. Du bist in Düsseldorf geboren, hast in Gladbach gespielt, ist es dir schwergefallen? Ne, tatsächlich Gladbach, auch ein sehr familiärer Club, das ist sehr einfach sich einzuleben und Düsseldorf ist ja nicht weit weg. Wir sind auch ein familiärer Club, wir sind uns sicher, du wirst dich schön einleben. Herzlich Willkommen Jonas. Danke. 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 Danke.